Nach ein paar Tagen mit viel Sonnenschein für alle zeigt uns Hoch Norbert seine kalte Schulter. Mit einem auf nördliche Richtung drehenden Wind gehen die Temperaturen in den Keller. Nach derzeitigem Stand sind selbst in tieferen Lagen Flocken nicht ausgeschlossen. Zur Wochenmitte dominiert über weiten Teilen West- und Mitteleuropas noch hoher Luftdruck. Dazu lacht häufig die Sonne und zumindest im Südwesten des Landes stellt sich bei Werten um 20 Grad wieder T-Shirt-Wetter ein. Im weiteren Verlauf verabschiedet sich Hoch Norbert aber Richtung Nordatlantik, wo es vor Anker geht. Zeitgleich machen sich Tiefs aus polaren Breiten auf den Weg in Richtung Deutschland. Pünktlich zum nächsten Wochenende nisten diese sich über Mitteleuropa ein. Neben wechselhaftem Aprilwetter haben sie auch sehr kühle Luft im Gepäck. In den Mittelgebirgen und Alpen könnte die saftig grüne Landschaft durchaus nochmal weiß werden. Aber selbst in den Tälern ist in den Nächten Straßenklette durch Frost oder Schneematsch nicht ganz ausgeschlossen. Der April macht seinem Namen also weiterhin alle Ehre und bleibt sehr launisch. Im Wetterticker auf wetteronline.de erfahren Sie, ob Frau Holle auch bei Ihnen nochmal vorbeischneit.